Wenn du das erste Mal in die Fabrik kommst, dann siehst du hier diese Roboter, die kannst du wirklich nicht verpassen, da ist eine Sequenz, dann ziehst du einfach mit dem Scharfschützengewehr oder einem anderen, also einer anderen Waffe und schießt einfach auf den Roboter drauf. Ich verlinke die unten auch in der Videobeschreibung, wie wir das Ganze gemacht haben, weil wir führen dich dort in drei Runs zu der Platin mit der ganzen Vorbereitung, wir zeigen dir alle Strategien, alle Sammelgegenstände und so weiter und führen dich wirklich Schritt für Schritt durch. Bis zum nächsten Mal.